Alle zusammen bitte und Nein 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 nein. Wenn das mit dem Na nicht funktioniert, dann machen wir das Stopp! Jetzt müssen wir es noch mal einzeln probieren. Und Wilco singt bitte auch mit. Ja, auch du! Äh, noch mal. Geht es ein bisschen lauter? Lauter, habe ich gesagt. Mach mal den Mund auf. Mensch, das funktioniert nicht. Ich glaube, Levin probiert jetzt mal. Na. Ah. Ah, gesagt. Ah. Ah. Ja, und gib mir mal das Oh. Oh. Und die Hände dazu. Ah. Moment. Da fehlt doch einer. Wo ist Konrad? Konrad will ich mit Benjamin zusammen singen. Wir sind hier im Chor. Wir sind gemeinsam. Zusammen sind wir stark. Wir wollen doch gewinnen. Also, holt ihn her. Hey, Konrad. Hey, warum willst du nicht mehr bei uns mitmachen? Wir brauchen dich echt. Aber ich brauche nicht. Wir können alle nicht singen. Du kannst voll gut singen. Du bist der wichtigste Bestandteil dieser Crew. Ich mochte das nicht schon gar nicht mit dem Schwein. Hm. Ja. Benjamin war mal mein bester Freund. Aber dann hat er mich angelogen. So ein Arsch. Ausgleich mit? Nein, ich warte auf Benjamin. Ciao, ciao. Tschüss. Oh, hey, Benjamin. Ja? Wollen wir uns heute vielleicht verabreden? Ich würde ja gerne. Aber es geht leider nicht. Meine Oma ist krank. Du sagst, sie wäre schon vor zwei Wochen gestorben. Ja, ich glaube, wir haben zwei Omas. Und die eine ist gestorben, ja. Und die andere, die ist... Ich dachte, sie lebt in Amerika. Nein, die ist zu uns gekommen, weil sie so krank ist. Und dann hat sich jetzt mein Hund bei ihr angesteckt. Und jetzt muss ich mich um den kümmern. Ach so, okay. Okay, ciao. Tschüss. Und dann treffe ich Benjamin auf dem Dom. Mit seinen zwei Omis. Die Kranke und die Tote. In der Schlange der Achterbahn. Die Wahrheit ist, ich habe einen neuen Freund. Ein Alien. Ich weiß aber nicht, wie er genau heißt. Aber ich nenne ihn E.T. Aber ich konnte es Konrad nicht sagen, weil er so eifersüchtig ist. Eine rote Karte, eine Drei oder ein Herz legen. So, du bist dran. Okay. Lass das einfach. Warum guckst du so komisch? Was ist da? Ist nichts. Auf die Ruhe. Hey, wollen wir Fußball oder so spielen? Nein, hau ab. Hey, was ist los mit dir? Ja, hau ab und dann eben nicht. Die Lüsche. Selber. Nein, 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 nein. Du machst das falsch. Ein Herz oder eine Vier. Nein, das ist weder Herz noch Vier. Alter Mann. Junge. Das ist doch gar nicht so spär. Ist das rot? Ist das rot? Nein. Oh, Junge. Drei oder ein Herz legen. Boah, Gott, Digga, du kapierst das ja eh nicht. Tut mir leid. Aber auf unserem Planeten kennen wir das Spiel nicht. Spielst du mit mir? Warum kannst du keine Karten spielen? Auf meinem Planeten Mellmann, dort kennen wir solche Spieler nicht. Das ist langweilig. Ich hab was Besseres. Was ist das? Eine Pistole. Was macht man damit? Das ist noch kein Spielzeug. Da ist immer eine Patrone drin. Und wir zielen uns abwechselnd auf den Kopf. Da müssen wir schießen und der, den die Kugel trifft, hat verloren. Das ist ganz witzig. Du fängst an. Blöd, Mann. Da waren sechs Patronen drin. Dich Konrad denn erzählen sollen, dass ich einen Freund von einem anderen Stirn habe? Nein. Der würde denken, dass ich verrückt bin. Aber Konrad ist durchgedreht. Und was er getan hat, das kann ich ihm einfach nicht verzeihen. Stimmt, es war nicht nett, diesen Außerirdischen die Pistole zu geben. Aber ein Außerirdischer heißt kein Mensch. Benjamin hat das alles viel zu ernst genommen. Er wollte sich rächen. Ey, Digger, hast du Euro für mich? Nur eins. Nur ein Stück. Digger, zwei Euro. Nein. Zwei. Nein. Morgen. Gut, Digger, wir sehen uns, ne? Ja. Hallo. Digger, hast du Euro für mich? Nein. Bitte ein Euro oder zwei. Zwei, gib mir gleich zwei. Nein. Nein. Oh, Digger, bitte. Alter, ich geb dir 50, Digger. Ja, Digger, gib 50. Komm. Erstmal musst du was für mich tun, oder? Ja, Digger, ich tue alles für 50. Sag einfach, was du musst machen? Du musst eine Person für mich eliminieren. Was eliminieren? Eliminiert das. Habe ich da was? Nein. Nein. Ah, du meinst. Ja. Ah. Ja, Digger, ich springe hier dann um. Ja, Digger, was soll ich damit? Ja, den umbringen. Ah, okay. Nein. Nicht mein Handy. Nein, nein, der ist da nicht drin. Der ist, den musst du finden auf der Straße. Ah, Digger, die töte ich mich knarre, ne? Ja. Ja, wir sehen uns morgen um 5 Uhr hier wieder, ne? Ja, okay. Digger, ich tschau. Wir müssen reden. Wir müssen gar nicht reden. Ne, nicht mich. Ich habe die Zeit, du musst ihn umbringen. Auf ihn. Nein, auf ihn. Digger, wer ist denn jetzt? Ihn! Oh, Hilfe. Du musst einen Umring. Ja, das hast du verdient. Ich konnte ja nicht wissen, dass die erste Kuh ihn trifft. Er hatte Pech, Gott. Hallo, Freunde. Mir ist etwas durch den Kopf gegangen. Dabei hatte ich gar keinen neuen Gedanken. Wollen wir das Spiel jetzt weiterspielen? Mir hat es doch gefallen. Äh. Es sind jetzt ja alle da und das ist die Hauptsache. Und... I have a pen. I have an apple. Oh, apple pen. Nichts, nichts. Zusammen. One, two, one, two, three, and... I have a pen. I have an apple. Oh, apple pen. I have a pen. I have a pen. Oh, pineapple pen. I have an apple pen. I have a pineapple pen. Oh, apple, apple, apple pen. PEPPER NIPPEL BIB NIPPEL BIB NIPPEN niii מק Ja, und weil du meine beste Freundin umgebracht hast. Das war der Herr hier, das war der Katzenstein. Das war der Katzenstein. Kat, Kat, Kat. Hallo Freunde.